Streichinstrumente leihen oder kaufen. In diesem Video erkläre ich euch eine häufig gestellte Frage, ob man sich Geige, Bratsche oder Cello mieten oder kaufen soll. Falls ihr noch kein eigenes Instrument besitzt, empfehle ich euch zum Einstieg ein Instrument zu mieten. Was spricht für das Mieten? Für Anfänger und Kinder ist es wichtig, dass sie sich nicht von Anfang an festlegen müssen. Braucht ein Kind ein größeres Instrument, so ist es jederzeit möglich, dies gegen ein nächstgrößeres Instrument auszutauschen. Kinder und Jugendliche wachsen schnell. So circa alle 6 bis 18 Monate, abhängig von Armlänge und Handfläche, was eine Rolle spielt, muss das Instrument ausgetauscht werden. Das gilt natürlich für Geige, Bratsche und Cello. Hier zum Vergleich eine Viertelgeige. Es gibt natürlich auch noch kleinere Geigen. Und eine Vierviertelgeige, das ist bereits dann das größte Instrument für eine Geige. Für einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen. Am besten ist es sich bei einem Geigenbauer eine Geige zu mieten, denn seine Instrumente werden regelmäßig gewartet und sind in gutem Zustand. Diese Qualität findet man in musikalen Handlungen nicht. Beim Geigenbauer findet man oder bekommt man bereits für 15 bis 25 Euro im Monat qualitativ gute Schülerinstrumente. Und falls es Probleme mit dem Instrument gibt, egal ob eine Seite reißt, der Steg umfällt oder die Größe ausgetauscht werden muss, gibt es meistens einen Gratisservice dazu. Was spricht für das Kaufen? Für erwachsene Anfänger kann es auch vom Vorteil sein, wenn sie zuerst ein Instrument mieten, es spielen lernen und erst nach ein bis zwei Jahren sich für ein eigenes Instrument entscheiden. Nach dieser Zeit ist man als Geigen, Bratschen und Cellospieler dann in der Lage, das richtige Instrument für sich auszuwählen. Streichinstrumente haben in gutem Zustand und bei pfleglicher Behandlung keinen Wertverlust. Im Gegenteil, hochwertige Instrumente gewinnen mit zunehmendem Alter sogar an Wert. Dies ist ein Punkt für das eigene Instrument. Man spart sich so die Leihgebühren und natürlich ist es befriedigender, auf dem eigenen Instrument zu spielen, entwickelt man doch mit der Zeit eine persönliche Verbindung zu ihm. Um ein geeignetes Instrument zu finden, empfehle ich, sich Zeit zu nehmen und mehrere Instrumente auszuprobieren. Ich würde von Aktionskäufen im Internet abraten. Wichtig ist, egal ob Mieten oder Kaufen, ein gutes Instrument macht beim Spielen und Üben erheblich viel aus. Und somit werdet ihr am Ende mit eurem eigenen Erfolg zufriedener sein. Ich würde von Aktionskäufen abraten. Untertitelung des ZDF, 2020